Hallo. Tag. Ich bin Barbara. Genophil-Fahr-Artoides. Keine Lemberg. Keine Zuckermann. Karin. Leise. Ist doch absurd. Die glauben, weil mit uns können sie's machen. So eine Serienkiller-Erotik-Thriller-Fernsehscheiße. Wir sind Aufschnitt. Also gut. Hatten wir ein Auto? Ist das heute nicht so? Nicht scheiß auf meine Figur. Ich würde nur mal fritten Tag. Du bist Solo, ne? Nee. Wieso? Ich weiß nicht, ob man mehr auf dem Pimmel rund oder eckig ist. Hier, ich lass dir meinen. Der hat immer Zeit und ist auch wirklich ziemlich gut im Bett. Entweder wir machen jetzt alle zusammen einen drauf oder jede geht alleine nach Hause. So einfach ist es doch. Gibt's ja keine Schutzheilige für alle arbeitslosen, ungeliebten, hungernden Schauspielerinnen. Wir wollten euch nicht erschrecken. Wir würden gern was saufen. Da seid ihr ja. Mensch, kommt doch rein. Macht's euch gemütlich. Ich hab einen hässlichen Arsch. Was ist das denn? Soll ich da meine Kontaktlinsen reintun oder was? Ich hab Durst. Ich hab ihn hängen geblüßen. Musst du jetzt rauchen? Hanna, man muss sich immer wieder zwingen. Äh, Nugali. Mein Freund. Halbinder. Auch aus Hamburg, wie du und ich. Nabe am Arsch. Ich schwöre, dass ich mich nie wieder in Nutten vor mir stecken lasse. Ich schwöre, dass mich alle mal können. Ich schwöre, dass ich in genau einem Jahr wieder hier stehen werde. Lass uns bitte, bitte beide romantisch sein. Komm, volle, keine Kerzenschein. Und ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Komm...